Die Russen sind hier. Von Kindheit an filterten sie systematisch die Besten heraus. Die Russen hatten eine andere Sicht auf das Spiel. Das Niveau war erstaunlich. Sie erhoben Eishockey zur Kunstform. Das waren die besten Spieler aller Zeiten. Der KGB war immer dabei. Sie sahen Eishockey als Mittel zur Propaganda. Wir sind die Besten, dank des Sogjet-Systems. Wir trainierten viermal am Tag, im Sommer. Wozu für einen Kerl spielen, der uns als Mensch nicht respektiert? Sport war eine Art Krieg. Wir wollen die nicht. Und es wird euch noch leidtun, dass sie gekommen sind. Die spielen für uns und zwar gut. Würden Sie für eine Million Dollar in der NHL spielen? Sie spielen in der NHL.